Hallo und Willkommen. Es ist nun mittlerweile sehr sehr lange her. Ja, mein Stuhl sagt das auch. So alt schon. Es ist wirklich sehr lange her, seitdem ich ein Video gemacht habe, ein normales. Aber weswegen, warum und so weiter und so fort kommt bald in einem extra Video. Heute spielen wir erstmal wieder ein Let's Play. Willkommen zu Dishonored, Death of the Outsider, Tod des Außenleiters. Was gucken? Ja, das ist gut. Zweifelter und Sterbender. Mörder einer Kaiserin und Retter einer anderen. Die Flamme der Schande lodert lange. Ich verriet Daud und er verschonte mich. Ich ließ Dunwall und meinen Namen zurück, voller Zweifel, ob ich seine Vergebung wert war. Jahrelang lachte ich über mich selbst. Wollte ich die Vergebung eines Mörders? Gnade kann tiefer schneiden als jedes Messer. Aber Vergebung ist etwas, das man um seinetwillen tut. Und für jene, die einen verletzt haben. Ich weiß, dass Daud in Kanaka ist und ich muss ihn finden. Jede Nacht wochenlang der gleiche schreckliche Traum. Ein Straßenkampf. Mein Arm lebt los in der Gosse. Mein Auge vom Schwert eines Gardisten ausgestochen. Und wenn ich aufwache, schmerzt es noch für Stunden. Es ist grauenhaft. Das hat mir immer Trost gespendet. Du hast es für mich gestohlen, Deirdre. Jetzt ist es meine einzige Erinnerung an dich. Noch so ein Relikt aus alten Tagen. Aber immerhin noch scharf. Dieser Boxclub in den Albaka-Bädern ist meine letzte Spur. Daud muss dort sein. Da liegt was. Achso, nee. Okay. Kontrollers blocken. Es schieft Rennen. Ah, okay. Was ist dann Crouchen? Halt? Man kann sich hoch und runter bewegen. Icy, du. Das Brett. Ich suche nun schon seit Monaten. Ich weiß, du bist hier, Daud. Irgendwo. Hm. Ja, okay. Dann gehen wir mal hoch, ne? Oh, holy moly. Das sieht nett aus. Ich meine, für den Grafik-Stick von 2016? Ja, nicht schlecht, nicht schlecht. Können wir mal meinen, ne? Oh, what the fuck? Okay. Das hätte ich jetzt nicht erwartet. Der Bahnhof ist schon lange ungenutzt. Das Schiff war... Ich hätte ihn gefragt, drücke F, um die Gedenken der Ratten zu hören. Jo, alles klar. ...schwer zu verstecken. Aber bisher ist es sicher. Freund hat uns, aber hässlich und groß. Trotzdem freund. Oh. Okay. Äh, äh, äh. Oh, bitte hören. Ich weiß nicht, wovor ich mehr Angst in diesem Spiel habe. Vor der Mission oder vor den Ratten? Ich, ich, ich glaube, es werden die Ratten. Äh, 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 äh. Okay, let's go. Ähm. Ein Barker-Baiter. Allons-y. Okay, ich weiß noch ungefähr, dass es so in der Art wie Hitman ist. Jetzt nur nicht, dass hier immer jemanden umbringen sollt, sondern, äh, so Secret Mission und ihr dürft nicht erwischt werden und ihr müsst euch verstecken und, äh, ihr habt so eine Art Fähigkeiten. Ihr werdet es sehen. Na schön. Die alten Al Barker-Baiter sind nicht weit weg. In the doubt. Ja. Gucken wir mal. Entry forbidden. Okay. Das sind die Al Barker-Baiter. So. Na ihr? Was habt ihr mir zu sagen? Wisst ihr, wo doubt ist? Erschleicht im Dunkeln. Stink nach Alkohol. Dunkles Blut, schreiende Brüder. Jagd und... Ups. Sorry, Rechtsklick ist anscheinend schießen. Wollte ich nicht. Wir riechen sie. Sauer vor Angst. Citrageritze, Knochen, geschnitztes Holz. Blut und weiche Bäder. Nutzlos. Tod verletzt sie da. Hm. Komischer Ratten. Schleichen. Drücke jetzt hier, um meinen Schleichmuss zu wechseln, um mich zu ducken und dich leise vorzubewegen. Aber man kann sich doch ducken. Wenn du alt gedrückt hättest, oder... Möwe... Okay, anscheinend... Kann ich mein Schwert wegpacken? Ähm... Kann ich mein... Schwert wegpacken? Oh, ich möchte jetzt ungern mit dem Schwerk gesehen werden. Ja, ähm... Drücke dann mit dem Morden oder Halterstatt, das Kontroll gedrückt, um mich zu überwältigen. Man kann sich entscheiden, ob zu morden oder um zu überwältigen. I see. Ich muss ja gerade mal gucken, gibt's hier irgendwo Leute, die was sehen können. Nö, ne? Niemand da. Hat niemand gesehen. Keiner. Hier. Ach, man kann die Leichen sogar verstecken. Oh, die Mowie. Ihr Ratten, guckt mal. Okay. Vergnügt euch. Vergnügt euch. Ach so, mit F-Stack ich meine... Oh Gott. Wir sollen rausfinden, was die Augenlosen in den Albarca treiben. Ich weiß schon, was die treiben. Da stinkt's nach schwarzer Magie. Hast du dich gesehen, wer da ein- und ausgeht? Geno, und die verfluchen dich mit Eiterpusteln, wenn du Glück hast. Ach, du und dein Aberglauben. Glaubt doch nicht, diesen Rokuss-Promus. Das ist eine Pantel. Nix her, ein Messer in der Türkreise. Jemand schießt auch uns. Oh! Ein tolles Gebiet. Geh halt hierher, sondern ich gegenüber nicht. Ich küsse die Fels. Ja, dann stecken wir mal das Schwertchen weg. Na, moinsinn. Das Mal versuche ich's bei zunehmendem Dreiviertelmond. Wenn das nicht hilft, weiß ich auch nicht weiter. Ich bin mal ein ganz netter, ja? Ich spiele auf deine Art. Ich will jetzt entdecken, dass es kein Wälder kommen. Alles mal noch verschiedene Möglichkeiten. Töte, setze, gegnerse, gefecht, fliehe. Nutze, Kräfte. Ah. Ich erkunde erst mal hier ganz normal, ja? Ah, so komme ich hierhin. Oh! Oh, 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 wow, 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 wow. Ja, dude. Hi. Ich bin noch nicht betrunken genug für ein Gespräch. Ist ja gut. Ja, dann, äh, wir suchen keine andere Wahl. Geh, ich muss mich auf den Kampf vorbereiten. Ja, ist ja gut, muss ich, Alter. Okay, was haben wir denn hier so schön? Das haben wir hier zufällig irgendwie einen Schlüssel oder so. Du bist früh dran. Noch nicht viel zu sehen. Das vermassle ich Ihnen. Beim Outsider. Daud. Oh. Sie lassen ihn kämpfen? Ich muss ihn da rausholen. Du hast nicht so hart aus. Schau dich an. Wie ein Hund in der Grube. Hoffst auf den Knochenartefakt von deinem Herrchen, ha? Ja, wie mache ich das jetzt? Ohne... Sie haben ihr gutes Geld gemacht. Ich kenne dich nicht, also bleib lieber unten, wenn du keinen Ärger willst. Du kennst den Schwarzmagier? Warum wälzt du dich nicht gleich in Sardinenpaste und schwimmst durch Hexenfischgewässer? Ist ein schnellerer Tod. Du glaubst, ich kann es nicht mit ihm aufnehmen? Ich komme schon klar. Hm. Ich habe für die Bottles Street schon größerer Typen als ihn erledigt. Und für wenige... Ich gehe immer zu, wenn ich Angst habe. Kommt ihr heute ab, mit? Das sage ich. Ich habe Angst. Irgendwas ist... Klar. Vielleicht... Alles gut. Okay. Kriegen wir die alle getötet? Wahrscheinlich nicht, ne? Momentchen. Stell dich hinten an, wenn du gegen ihn kämpfen willst. Schwarzäugiger Mistkerl. Kann ich die... Das ist euch jetzt eine gute Frage. Eine sehr gute Frage. Wir müssen das... Wir müssen uns einen guten Plan überlegen. Wenn wir jetzt einfach nur ein Bild drauf losbandern, bringt das nichts. Wir haben alle Waffen. Du hast doch an der Saulensalbe gefasst, denn... Wir können was versuchen. Pass auf. Oi. Du gehst nach da oben, finde ich super. Hier sieht es keiner. Saul. Ich werde ruhig. Ganz ruhig. Ja? Ganz ruhig. Ich muss nur diese Schicht überstehen. Dann kann ich mir einen schönen Kruk impappen. Versuchen Sie den Ratten-Schnaps, wenn Sie die Albaraka kosten wollen. Okay, wir haben hier eins, zwei, drei, vier Leute. Das soll aber funktionieren, hm? So. Guck dich, guck dich mal finden. Ja, und euch drei redige ich mit einem... Erziehten. Nein, nein, nein. Hi. Willst du jetzt deine Lektion? Los! So schüchtern. So. Pass auf. Ähm, die werden ja höchstwahrscheinlich hier rauskommen. Das heißt, ich bin nämlich jetzt mit. Kommen Sie mit. Und bitte einmal hier rein. Kommen wir mit. So. Hui. Macht das nicht Spaß? Wir sorgen jetzt eben kurz die Leichen, dass keiner was sieht. Weil, sobald die einmal entkommen, während sie uns gesehen haben, dass wir sie getötet haben, dann, äh... Ja, da könnt ihr euch selber vorstellen, ne? Dann sind sie für immer. Jetzt müssen wir jetzt einfach nur alle hier oben reinwerfen. So. Okay, wer könnte hier am gefälligsten werden? Hat irgendjemand von euch ne Waffe? Ne, ne? Okay, passt auf, wir machen das so. Du da? Das ist mir ziemlich stark. Kopf. Oh, weg hier. Ja, blocken war ne andere Taste. Upsi. Okay. Hier. Herzhaft? Ja, okay. Dann wollen wir das anders. Oh, weg. Ja, ja, alles gut. Hey. Das kratzt an deinem Stolz, was? Oh. Ich habe gerade die Sprengmine gewor... Oh. Ähm. Ah. Schlüssel. Money, 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 money. Fastball-Fanien. Ah, die Mission, die Mission. Oh. Knochen-Artefakt. Guck dir mal an. Kraft voller Ruhe. Sehr schön. Du kannst auch weg dir mit bedeuten, mit mehr Kraft schleuern. Das ist natürlich super. Ich weiß nicht, wie sie nicht wissen, wie sie hier hochkommen. Zumindest... Ihr wisst schon. Oh. 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 Eifel? Nein! Wir haben ja einen Notfall. Ich bin euer schlimmster Albtraum. Dann versuch's mal. Ich weiß hier hinter der Wand. Ich kannte mal einen Jungen, der dachte, sein Knochen hatte... Geil! Was ist das für eins? Beweglichkeit verbessert hier. Warte, da ist Sprünge! Der Fakt lässt Kugeln von ihm abprallen. Er schoss sich in den Bauch und war einen Tag später tot. Keine Ahnung, was ich gemacht habe. Das ist das Knochen. Der Fakt ist sie. Oh, Hakenbülle. Hä? Noch einen Tag wie gestern. Wir werden... Der Letzte ist da drin. Pass auf. Wie er mich einfach nicht sieht. Oh, hallo. Danke dafür. Das ist echt ne Goldgrube. Nein! Danke. Danke. Danke für eure Sachen. Echt großzügig von euch, muss ich schon sagen. Sie können sich noch nicht zurückhalten. Lass sie von alleine und sie geht... Nimm uns jemanden. Du gehörst nicht zu uns! Hey! Ernsthaft jetzt? Wupsi-dupsi-dupsi. Ah. Schauen wir mal. Was haben wir denn hier? Wupsi-dupsi-dupsi. Ich wusste, dass du mich eines Tages finden würdest. Aber nicht so. Du warst schwer zu finden. Wie bist du hier gelandet? Lass uns woanders reden. Die Augenlosen haben mehr Geheimnisse als du arzt. Ich habe ein Schiff, oder was davon übrig ist. Die Dreadful Whale. Es liegt unterhalb der Acantila Reparaturstation. Daut ich... Spar dir die Worte, Billy. Es reicht, dass du jetzt hier bist. Ich brauch deine Hilfe. Wie in alten Zeiten? Wir sind vorüber. Das hier ist größer. Ein allerletzter Auftrag. Ich bin bereit. Um wen geht's? Der eine, der für alles verantwortlich ist. Kulte. Schwarze Magie. Dieses Zeichen auf meiner Hand. Wir töten den schwarzäugigen Mistkerl. Was? Den... Du willst den Outsider töten? Einen Gott? Kaum habe ich ihn gefunden, zieht mich der Alte wieder in diesen okkulten Mist rein. Wenn wir beim Schiff sind, hat er so einiges zu erklären. Had ihn daneben. Dein nicht drehen! und das Kind dann down,???? Doch! He! Wurch48€ die Vora ... åh. Den er 막 nicht entdeckt. MEX. Waaas. ass. 4 von 6. 0 von 1. Nein, dann krypfe das mal. ja egal passt schon als ich da zum ersten mal traf war ich noch ein kind und nur aus trotz noch am leben er schnitt vollkommen lautlos drei männern die kehle durch und hinterließ nur blut und tod ich weiß nicht wieso ich ihm in jener nacht gefolgt bin aber er teilte seine magie mit mir und noch viel mehr talent zeit vertrauen manchmal geheimnisse doch diesen mann gibt es nicht mehr auf seine alten tage leidet er an wunden die niemals heilen und wie ich unter bitterer reue ich weiß wie sehr das an einem zehrt ich soll ihm helfen ein leben voller sünde wieder gut zu machen und einen gott töten der orden lehrt der outsider mache jagd auf die schwachen das nichts sei ursprung des zweifels der ketzerei und qualen und der outsider schuld an unseren fräfeln vielleicht ist da was dran dankeschön der selbe trau kommen mein arm abgehackt mein auge leer und brennt es tut noch immer weh hoffentlich kein schlechtes um das nicht etwas über das nichts erzählen billi lörk es berührt den geist der träume nun wie auch der sterbende und manchmal könnt ihr träume nur sagen was du vergessen wollte ich erkenne dich warum bist du hier was willst du von mir sonst wollen die menschen immer was von mir aber du willst mein zeichen nicht oder billi also gebe ich dir zurück was du verloren hast die welt um dich wurde verletzt und du trägst die naben du wirst dich verändern mal sehen ob es dir gefällt was hat er bloß getan natürlich gerade jetzt scheiße verdammt mein arm mein gesicht ist es wegen der träume oder wegen dort mein gott danke darf jetzt mal ausreden also danke dass ihr für die erste folge eingeschaltet habt wir sehen uns bald wieder macht's gut bis sein und ciao euer red gamer